Die Idee von der Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des ewigen, ein lebende Nationalsozialistischen Bewegung, ein lebende Nationalsozialistische Bewegung! Die Idee von der Bewegung, ein lebende Nationalsozialistische Bewegung, ein lebende Nationalsozialistische Bewegung, ein lebende Nationalsozialistische Bewegung, als입니다. Die Idee von der Bewegung, ein Unterschied! Untertitelung des ZDF, 2020